Wir sind die Mittelschule Seidenstetten-Biberbach, eine Schule mit 200 Schülerinnen und Schülern. Wir sind eine Schule, die Vielfalt anbietet. Vielfalt ist uns ganz, ganz wesentlich. Wir haben uns für den Vormittag eine neue Zeitstruktur geschaffen, nach drei Einheiten zu je 45 Minuten. Da folgt also die große Pause drauf und dann ist das Lernband eingefügt von 10.40 Uhr bis 11.10 Uhr. Täglich gibt es einen anderen Schwerpunkt. Am Montag heißt es für alle Schüler lesen in aller Vielfalt. Also bei uns ist der Deutschunterricht nicht unbedingt der traditionelle Deutschunterricht. Wir haben jeden Montag das Leselernband, das eine halbe Stunde, wo zehn Lehrer in einer Klasse unterrichten und das da auch sehr vielfältig gestaltet wird. Lesen am Computer, Lesen in der Bibliothek, Mundart. Es gibt regelmäßig auch Lesegäste, die zu uns kommen, die ein Buch mitnehmen, das sie den Kindern vorstellen. Wichtig ist dann an den weiteren Tagen, EVA, so nennen wir das, eigenverantwortliches Arbeiten zu irgendwelchen Themen, die sich eben im Unterricht stellen. Am Freitag heißt es für alle Kinder soziales Lernen. Diese Einheit übernimmt meist der Klassenvorstand und da werden soziale Aspekte mit den Kindern durchgespielt. Geht jetzt einmal in euer Haus, richtet das wieder so ein Pistl her, was jetzt zerstört wurde. Wir sind auf einer Insel und unser Schiff ist untergegangen und jetzt haben wir sich da unser eigenes Haus gebaut. Das Spiel Raum und Grenze ist eigentlich ein Rollenspiel und in diesem Rollenspiel werden die Kinder in verschiedene Alltagssituationen versetzt, um zum Beispiel zu lernen, wie verhalte ich mich am besten, damit es mir gut geht und den Mitmenschen um mich herum auch. Was wollen Sie zum Trinken? Ich schütze mich mal bitte. Danke. Den Bereich Kommunizieren decken wir auch ab mit dem Angebot Reporter unterwegs. Was müsste geschehen, dass könnte die Natur wieder den PC vorziehen? Wir haben zehn Fragen und sie müssen manchmal Ja antworten und manchmal etwas anderes. Und in weiterer Folge wird dann ein Bericht verfasst, ein Zeitungsbericht, den wir dann in jedem Fall online schalten. Der Nachmittagsunterricht schließt sich dann an mit attraktiven Angeboten. Einerseits für die Ganztagsbetreuung und dann gibt es zusätzlich noch ein interessantes, attraktives Angebot an verschiedenen Kurssystemen. An unserer Schule haben wir ein Wahlpflichtfach. Man kann sich entscheiden für Bühne oder für Naturwissenschaften. Wir versuchen eben auch, dass wir möglichst den Unterricht abwechslungsreich gestalten, dass wir nicht nur in der Klasse sind. Es wird auch im Rahmen des Wahlpflichtfachs relativ viel experimentiert. Wir machen viele Exkursionen und bei diesem Projekt können wir jetzt einmal wirklich auch herausarbeiten. Es sind einige Schüler, die das auch sichtlich genießen oder die sich da ganz anders ins Zeug haben, wenn es einmal darum geht, körperlich anzupacken. Das Ziel ist, dass wir dann eine schöne Blumenwiese haben. Ich habe daraus gelernt, dass es gar nicht so leicht ist, dass man so eine Blumenwiese macht. Erstens besteht viel Arbeit darin und man braucht viel Teamwork und man muss gut zusammenarbeiten können. Diese Stunde heißt Naturwissenschaften. Die Kinder sind freiwillig zu mir gekommen. Sie haben sich den Unterricht ausgesucht. Ich bitte ihnen die Möglichkeit zu forschen, Zeit zu nehmen und zu schauen, kann ich den Versuch, verstehe ich das, wie funktioniert er, gelingt er mir. Die Kinder lieben es, alleine zu arbeiten, sich das Thema selber zu wählen, eigenständig und ohne Zeitdruck zu arbeiten. Im Wahlpflichtfach Bühne unterrichten wir zu viert, vier Lehrpersonen, setzt sich zusammen aus Theater, darstellendem Spiel, Bühnenbau natürlich, Requisiten werden hergestellt. Also sehr viel auch Kreativität ist da vorhanden, textiles, technisches Werken. Grüß dich! Wo kommst denn du daher? Wo warst du denn so lange, dass du gerade jetzt kommst? Wir haben am Schulschluss immer ein großes Schulfest, das Lieslos hört zu, das ist eigentlich so unser Hauptprojekt, auf das wir hinarbeiten. Ich möchte euch heute zu unserem dritten Klassenrat begrüßen. In einem Klassenrat kommt jeder zu Wort. Da kann man über die Probleme der Mitschüler besprechen und diskutieren und vielleicht geht es ihm dann besser. Zum Beispiel so wie heute, sich orientieren, was man weitermachen mag. Wann soll ich beginnen, darüber nachdenken, was ich nach der Pflichtschule machen werde? Ich glaube, wenn man noch nicht ganz genau weiß, was man werden will, wäre eine weiterführende Schule besser. Also mir gefällt das viel an der Schule, dass es so viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Man kann, es gibt auch das Fach bei uns Verantwortung, wo man Verantwortung zeigen muss. Wir wollten von Anfang an quasi was mit Menschen. Wir haben auch überlegt, ob wir in die Pflichtschule gehen, aber uns hat es dann da so gefallen, mit öteren Menschen das machen, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten da 18 Stunden, jeden Montag drei Stunden bleiben. Das ist super bei der Hüfte, die Schule wirklich, dass du einen guten Start ins Erwachsenenleben hast. Es ist wirklich eine besondere Schule, ja. Zum einen gibt es bei uns jedes Monat die Vollversammlung, in der eben wirklich die Neuigkeiten geteilt werden mit der ganzen Schule. Also die Transparenz ist eine ganz große bei uns in der Schule. Unsere Schule hat einen riesigen Entwicklungsprozess hinter sich. Unsere Schule ist über diese letzten 15 Jahre irrsinnig gewachsen, hat sich verbreitert und geht sehr stark in die Eigenständigkeit der Schüler. Ich betone immer, dass die Vielfalt des Kollegiums ist das Kapital unserer Schule. Und diese Vielfalt an verschiedenen Schlüsselstellen einzubinden und das auch zu ermöglichen, dass jeder gehört wird und dass jeder sich einbringen kann und dass jeder seine Ideen einbringen kann, ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Geheimnis, ganz, ganz wichtig. Es wird immer wieder neue Entwicklungen und Ströme geben und da würde ich meinen, dass man das Gute aufgreift, anderes wieder verwirft, einfach offen in die Zukunft geht.